Der 50 bis 70 Zentimeter lange Feldhase hat lange Ohren und lange Hinterbeine. Er bewohnt Ackerflächen, Feldwege, Wiesen, Heckenlandschaften und lichte Wälder. In seinem Revier lebt er allein oder in Gemeinschaft mit weiteren Hasen. Zur Fortpflanzungszeit kommt es oft auch zu größeren, sich um die Weibchen streitenden Ansammlungen. Feldhasen scharren sich oberflächliche Mulden bzw. Lager oder Sassen, in denen sie sich verstecken und ausruhen. Feldhasen haben ein eingeschränktes Sehvermögen, können aber sehr gut hören und riechen. Feinden versuchen sie durch ihre rasante Laufgeschwindigkeit und durch unverhofftes blitzschnelles Haken schlagen zu entkommen. Feldhasen 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 Feldhasen